Matchday, Freunde! Und könnt ihr das riechen? Es riecht nach Pokalsensation! Erstmal mega nice, dass wir hier die Deutsche Krebshilfe supporten. Und dann ist das hier relativ früh im Spiel passiert. Maike setzt sich wunderbar durch. 1-0 für uns. Paul mit dem trockenen 2-0. Da ich meine Flitterwochen genossen habe, kam ich auch erst zur zweiten Halbzeit rein. Und hier und da hat natürlich auch bei mir der letzte Schritt gefehlt. Diese Aktion hier mache ich, denke ich, super. Ich warte auf den richtigen Moment, spiele den Ball dann, glaube ich, auch richtig. Und der Schiri pfeift abseits. Jetzt eure Meinung.